Mals alles, willkommen zurück zu Beyond Two Souls mit dem Kapitel Einsatzbesprechung. Und das klingt schon wieder sehr nach CIA und Krieg und so Krams. Das mag ich so überhaupt nicht. Offensichtlich weiß Karzistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Nein, wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu ihrer Mission. Zerstören sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewahrt. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Holen Sie den Einmaler. Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Clayton's Team geht mit Ihnen. Als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in zwei Tagen beginnen. Viel Glück. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Schön, dich zu sehen. Für das Missionsziel vergesse ich jetzt, was für ein mieses Arschloch du bist. Judy, ich... Weißt du was? Vergiss es einfach. Gut. Ich finde das sehr ermilden. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als Sie zu töten. Natürlich töte ich Sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat Sie geschickt? Eiden. Wo bist du? Da ist wohl irgendwas schief gelaufen. Es ist alles komplett verlassen. Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Ich suche euch einen Unterschlupf alleine. Da hin. Ich solle mir. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Genau. Da hinश leiden. Wir erfrieren hier draus. Kannst du bitte ein Versteck für uns suchen? Ich bin dabei. Mach keinen Stress. Ich setze mich nicht unter Druck. Ich kann unter Druck nicht arbeiten. Zudem ist die Steuerung von Aiden mehr als bescheiden. Da ist ein Haus dort hinten. Ich sehe es. Dann los. Ich würde die Sachen ja mit reinnehmen. Verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein Gott verlassenes Fischerdorf. Der Informant leibt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unserer toten Ersche herauszerren. Drei Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt. Hey! Ich bin echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn es sonst nichts ist, dann haltet gefällig euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hierbleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. Verflucht. Alles aufgewacht. Verdammt! Das Zeug ist zu nass! Uns muss was einfallen. Sonst wäre fremd wie heute Nacht. Da! Hey, du verdammtes Genie! Gib mir fünf, Vince! Gern geschehen. Siehst du das, Jodie? Ja, ja, ganz toll, Jungs. Ihr seid die Besten. Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Hast du eine Verbindung? Nein, das wird ein bisschen dauern bei dem Sturm. Du bist noch sauer auf mich, ja? Hey, vermutlich ändert das deine Meinung nicht, aber tut mir leid, was passiert ist. Du hast recht. Das ändert nichts an meiner Meinung. So, sie geht jetzt allein nach draußen. Was kann da wohl schieflaufen? Viel Spaß beim Pinkeln. Don't need yellow snow. Geh nicht zu weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mach da draußen keinen Stadtrundgang. Da willst du hin, sagst du. Geil, was ist denn hier? Was ist denn hier? Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich erfriere hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das will man mal im Pinkeln nicht unbedingt erleben. Das hättet ihr aber auch mitkriegen müssen, oder? Wenn da so eine ganze Kolonne direkt an eurem Haus vorbeifährt. Ich bin hier. So, ich curse. Wie kann doch aus? Ichเส grant auf ungefährύmez. Ich höre hier. Ich kann mich nicht mehr. Ich gebe die, was lief zu lassen. Ich bin hier ja nochmal eins. Wenn ich die Kolonne durchle interacted. Sön! Ich bin hier ja, was ich nicht Bingo! Eidig sie nach, was drin ist. Jawohl, Mama. Soldaten. Sie laden Kisten ein in... in U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Luft ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Lass Aiden alle ausschauen. Aiden? Zu spät. Ich sehe keinen mehr. Ich weiß nicht, ob ich ihn verletze. Ich sehe kein Spitzschirm. Es gibt keine Eins. Es ist gut. Ich bin fast. Er ist nie. ein paar Dauz, auf der Schnauze ist hier noch jemand ne, komm schon oh oh gib mir mal ne Sekunde, okay? dann mach einen, schlauer Mensch okay, was genau soll das hier werden? was das bedeutet? zweite ihr bleibt hier und sucht einen fluchtweg weil wir zurückkommen müssten wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden aber das ist ein befehl nick Das ist doch klar, dass wir vielleicht nicht leben, zurückkommen, ja? Ja, ja, das war mir völlig klar. Das erinnert mich gerade total an Wing Commander 1. Da sah das Cockpit genauso schlecht aus mit so draufgeklebten Texturen im Vordergrund. Das ist doch klar, dass wir nicht so draufgeklebten, dass wir nicht so draufgeklebten. Hallo Fisch. Ich finde, das läuft voll gut. Ich hoffe, er will keine Antwort. Mhm. 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 Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Aber vielleicht sind Sie kooperativer, wenn Ihr Kamerad leidet. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst Ihren Namen. Für wen Sie arbeiten. Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts! Halt den Mund! Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Wie ist Ihr Name? Peter Bahn. Das muss schmerzhaft sein. Nein. Sie brauchen nur zu antworten. Ihr Kamerad wird nicht länger leiden müssen. Scheiß auf ihn, Mann. Eine Antwort? Was muss ich tun, damit Sie sprechen? Glücklicherweise brechen Sie Ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Das ist doch vollkommen unnötig. Sie müssen mir nur antworten und dieser Albtraum hat ein Ende. Na los doch. Reden Sie schon. Ich hasse es, Menschen so sinnlos leiden zu sehen. Herr Kahn! Herr Kahn! Herr Kahn! Herr Kahn! Herr Kahn! Herr Kahn! Ein sehr dringender Auftrag. Ich muss die Leute verlassen. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir ums zweite Ungarn. Danke für das Gespräch. Herr Kahn! 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 Was jetzt? Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Nein, aber ich überlege mir was. Das kann doch nur in die Hose gehen. Dann machen wir so alle blöd. Sei still und folg mir. Gott, das geht. Ich habe keine Ahnung warum das funktioniert. Das ist was faul. Jodie, Jodie, was ist denn los? Es ist ein. Kettung! 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 Kettungen! Versteckungen! Droh! Denken! Das war's. Das war's. Fußball. Na, gucken wir erstmal eine Runde Fußball, oder? Ja, kein Stress, das ist gerade ein super Schwund. Ah, ist nur gegen Chelsea, hör mal. Das war doch gerade schon, das ist bestimmt eine Wiederholung. Okay, alles klar. Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch ein bisschen blöd. Soll ich denn da durchkommen? Ich bin beschäftigt. Ich kann nichts machen. Da ist einer. So, ihr kennt das Spielchen, das Kapitel hat wieder eine knappe Stunde gedauert, das ist mir zu lang für eine Folge Let's Play. Okay, darum an dieser Stelle wieder ein Schnitt und im nächsten Teil geht's dann an genau dieser Stelle hier weiter. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.